Das ist unser Montag im Weserbergland. Frank Henkes im Newsroom. Hallo. Hallo. Und seit dem Wochenende wissen wir, dass vielleicht ein Mitarbeiter vom Jugendamt eine Akte in diesem Kindermissbrauchsfall von Lüchte frisiert, verändert, manipuliert hat. Erklär mal kurz. Genau. Das Erklären ist gerade das Schwierige. Es gab am Freitagmittag, früher Nachmittag eine Pressemitteilung vom Landkreis, die sehr vage war. Es fällt noch nicht mal so ein Stichwort Elbringsen. Man muss sich so ein bisschen aus dem Zusammenhang denken, dass es um diese Missbrauchsfälle geht. Was offenbar passiert ist, dass ein Mitarbeiter freigestellt worden ist, weil er ein Vermerk in die Akten eingefügt hat und rückdatiert hat, der da vorher nicht war. Und der ist daraufhin freigestellt worden vom Landkreis. Das ist das, was offiziell erklärt wurde. Das Weitere wird untersucht. Das bedeutet also, die Pressemitteilung hat keinen konkreten Bezug zu diesen Fällen aus Lüchte-Elbringsen? Nee, den haben wir dann bekommen im Nachfassen. Den haben auch andere Leute bekommen. Also so die Nachrichtenlage war dann schnell am Freitag so, dass es natürlich darum geht. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, um klar zu machen, wie ungefähr bisher die Angaben eigentlich blieben in dem Zusammenhang. Also schon eine Pressinformation, die jetzt schon ein bisschen für Fragezeichen noch sorgt. So ist es, genau. Es wurde auch aus dem Kreishaus am Freitag gesagt, heute können wir sowieso noch nichts weiteres dazu beitragen. Fragt am besten gar nicht nach, haben wir trotzdem gemacht. Aber weil eben so viele Fragen offen blieben. Aber da wird jetzt erst mal intern untersucht. Das ist wohl auch im Gange, auch ganz aktuell. Und wir hoffen, dass wir da jetzt mal mehr erfahren, dass wir das ein bisschen erhellen können. Und das natürlich nach Möglichkeit oder so weit wie möglich morgen schon in der Zeitung. Wir wollen mehr wissen, wie immer. Und wenn wir was erfahren, dann kriegt ihr das mit in der Zeitung von morgen oder natürlich auch online auf dwz.de. Danke dir, Frank. Danke auch. Schönen Tag euch. Tschüss. – – – – Untertitelung des ZDF für funk, 2017